So, jetzt darf ich euch den Getränkekisten-Bass vorstellen. Wie ihr seht hier also eine klassische Getränkekiste mit Deckel drauf und Seiten drauf. Man muss natürlich lange Arme haben, dass man hier rumgreifen kann, aber dann kann man auch ein bisschen was spielen. Und fertig ist der Kontrakaste, sagt man manchmal.